Der Prolog von Uchrit vom 11. November Gedenken Der heilige Großmärtyrer Minas war von Geburt Ägypter und von Beruf Soldat. Als wahrer Christ konnte der heilige Minas nicht ertragen, die widerwärtigen Götzenopfer mit anzusehen, so verließ er die Armee und die Stadt und begab sich auf einen Berg in der Wüste. Es war für Minas leichter, mit den wilden Tieren zu leben, als mit den Heiden. Eines Tages sah Minas im Geist aus der Ferne ein heidensches Fest in der Stadt Kothierus. Er ging in die Stadt und bekannte vor allem seinen Glauben an den lebendigen Gott und verurteilte den Götzendienst und das Heidentum als Lüge und Finsternis. Der Gouverneur dieser Stadt, ein Mann namens Pyrrhus, fragte, wer und was er sei. Der Heilige antwortete, mein Vaterland ist Ägypten, mein Name ist Minas. Ich war ein Offizier, doch als ich den Götzendienst sah, entsagte ich deinen Ehren. Ich bin nun gekommen, um meinen Christus vor dir zu bekennen als den lebendigen Gott, damit er mich als seinen Knecht im Reich Gottes erweisen möchte. Als Pyrrhus das hörte und erwarf er Minas grausamen Matern. Er wurde ausgepeitscht, mit eisernen Dreschflegeln geschlagen, mit Fackeln verbrannt und auf vielerlei Weise gequält. Schließlich wurde er enthauptet. Sein Körper wurde verbrannt, um Christen daran zu hindern, ihn mitzunehmen, doch es gelang ihnen, einige Teile aus den Flammen zu retten. Mit Vorsicht begruben sie diese Überreste und später wurden sie nach Alexandria gebracht und dort beigesetzt. Eine Kirche wurde darüber errichtet. Der heilige Minas erlitt das Martyrium um das Jahr 304 und ging ein in das Reich Gottes. Er war und bleibt ein großer Wundertäter in beiden Leben, sowohl auf Erden als auch im Himmel. Wer immer Minas verherrlicht hat oder seine Hilfe gläubig in Zeiten der Not angerufen hat, empfing Hilfe. Er erschien oft als Soldat auf einem Pferd, um den Gläubigen zu helfen oder die Ungläubigen zu bestrafen. Der heilige Märtyrer Stefan von Dezani, König von Serbien, war der Sohn von König Milutin und Vater des König Duschan. Auf Befehl seines falsch informierten Vaters wurde er geblendet und auf Befehl seines leichtfertigen Sohnes wurde er im Alter ertränkt. Als er geblendet wurde, erschien ihm der heilige Nikolaus in der Kirche von Ovce Polje Schafweide. Er zeigte auf seine eigenen Augen und sagte, Stefan, hab keine Angst. Deine Augen sind mir gegeben worden und ich werde sie dir zur rechten Zeit zurückgeben. Er verbrachte fünf Jahre in Konstantinopel im Kloster Pantocrator in der Verbannung. Durch seine Weisheit und das Käse, seine Sanftmut und Frömmigkeit, seine Geduld und Großmut übertraf Stefan nicht nur die Mönche dieses Klosters, sondern jene in ganz Konstantinopel. Als fünf Jahre vergangen waren, erschien ihm der heilige Nikolaus wieder und sagte zu ihm, ich bin gekommen, um mein Versprechen zu erfüllen. Dann vollzog er das Kreuzzeichen über dem blinden König und dieser empfing sein Augenlicht. Aus Dankbarkeit gegenüber Gott baute er das Kloster Dezani, ein seltenes Beispiel der feinsten byzantinischen Baukunst und eines der berühmtesten Denkmäler der serbischen Frömmigkeit. Der heilige König Stefan, der heilige Sava und der heilige Fürst Lazar bilden eine Dreiheit aus Heiligkeit. Adel und Selbstopfer, die Gabe des serbischen Volkes. Er lebte seine Zeit auf Erden als Märtyrer und starb den Märtyrer-Tod im Jahr 336 und er empfing vom Allmächtigen, dem er so treu gedient hatte, den Kranz unsterblicher Herrlichkeit. Die heiligen Märtyrer Victor und Stefanis Victor war ein römischer Soldat und erlitt das Martyrium in der Zeit des Kaisers Antonius. Als er gefoltert wurde, bekannte eine junge Frau namens Stefanis, dass sie auch Christin sei. Victor wurde enthauptet und Stefanis zerrissen, indem man sie an Händen und Füßen an die Wipfel von zwei Palmen band und diese dann hochschnellen ließ. Der heilige Märtyrer Vinzenz, der Diakon, war aus der Diözese von Saragossa in Spanien. Er wurde grausam für Christus, den Herrn, gefoltert und schließlich auf einem eisernen Grill verbrannt. Er gab seine Seele in Gottes Hand im Jahr 304. Sein Leib ist in Rom aufbewahrt, in der Kirche, die seinen Namen trägt. Der gottgeweihte Theodor der Studit. Er war der berühmte Abt des Klosters Studion in Konstantinopel und er erlitt Schweres um der Ikonenwillen. Er war ein weiser Organisator des Mönchslebens, ein inspirierter Lehrer der Orthodoxie und ein wundervoller Asket. Er entschlief in Frieden in Konstantinopel im Jahr 826 im Alter von 68 Jahren. Der heilige Urosika, Fürst von Serbien, war der Sohn von König Dragutin. Er bewahrte seine Reinheit und Keuschheit in der Ehe und Myron entströmte seinem Grab. Lobeshymne Der heilige Märtyrer Stefan von Dezani Gematert und verfolgt, so erduldete der heilige König Stefan von Dezani als wahrer Christ Schmerzen und Verfolgungen. Und als es schien, er wäre von allen besiegt, war er in Wirklichkeit siegreich, mächtig und unversehrt. Er besiegte seinen Vater durch geduldige Beharrlichkeit und Katakusin durch tiefe Weisheit. Durch Stille überwand er die Boshafte Simonida, durch Gottvertrauen besiegte er König Sisman. Er war noch mächtiger als sein mächtiger Sohn, denn jene, die nicht sündigen, sind immer die Mächtigeren. Irdische Macht endet ohne einen Schimmer, doch es gibt kein Ende für die himmlische Macht. König Stefan von Dezani, der Sanfte und Geliebte, entnahm seine Stärke der himmlischen Macht. Seine Macht und Herrlichkeit waren aus Christus. Und aus Christus waren sein Leben, sein Thron und seine Herrschaft. Stefan verstand dies, und dies bekannte er, deshalb besiegte er am Ende all seine Feinde. Bete für uns, o wunderbarer König, dass Gott uns Rettung gewähre und Barmherzigkeit. Betrachtung Wenn es jemals einen heiligen König auf dem Thron eines irdischen Königreiches gab, so war dieser König Stefan von Dezani. Die Griechen, die die Slaven für überbaren hielten, bestaunten die Schönheit der Seele Stefans als eines der seltensten Wunder jener Epoche. Als Kaiser Johannes Kantakusen den Abt des Klosters Bandokrator geschäftlich zu König Milutin schickte, fragte ihn der König unter anderem nach seinem Sohn Stefan. Ihr fragt mich nach diesem zweiten Hiob-König, erwiderte der Abt. Wisset, dass das Maß seiner Vergöttlichung eure königliche Majestät übertrifft. Der griechische Kaiser verhielt sich zuerst sehr grob gegenüber Stefan, er schloss ihn an einem unzugänglichen Ort ein und verbot ihm jedwetigen Besuch. Dann überstellte er ihn dem Pantokrator-Kloster in der Hoffnung, dass ihn die strenge Askese dort schwächen und töten würde. Doch Gott bewahrte den gesegneten Stefan und er ertrug die Askese des Fastens und Betens wie ein vollkommener Mönch. Man begann über seine Weisheit in ganz Konstantinopel zu sprechen und der Kaiser begann ihn wertzuschätzen und sich an ihn zu wenden, um Rat zu suchen. Auf diese Weise trug Stefan beispielsweise zur Abwehr der berüchtigten Heresie des Varlam bei, gegen den der heilige Rirorius Palamas kämpfte. Varlam befand sich zu jener Zeit in Konstantinopel und hatte durch geschickte Intrigen viele wichtige Leute der Kirche und des Hofes für seine Ansichten gewonnen. Der Kaiser rief in seiner Verwirrung Stefan zu sich und fragte ihn, was man mit Varlam machen sollte. Der Weiseste Fan antwortete mit den Worten des Psalmisten, jene hasse ich, die dich hassen, o Herr. Und er fügte hinzu, gefährliche Menschen müssen aus unserer Gesellschaft entfernt werden. Als Kaiser Kantakusen dies hörte, verstieß er Varlam unehrenhaft aus der Hauptstadt. Zum Nachdenken Lasst uns nachdenken über die wundersame Heilkraft des Apostels Paulus. Apostelgeschichte 28 Wie Paulus betete und dem Vater des Publius die Hände auflegte und ihn vom Fieber und von der Ruhe heilte. Wie er auf dieselbe Weise viele andere an diesem Ort heilte. Homilie über den Schöpfer des neuen Menschen Er machte die zwei in seiner Person zu dem einen neuen Menschen. Epheser, Kapitel 2, Vers 15 Als der menschenliebende Herr zur Erde kam, kam er zu allen Menschen, nicht nur zu einigen. Die Hebräer erwarteten den Messias, er kam als Messias. Die Heiden erwarteten den Erlöser, er kam als Erlöser. Er kam mit derselben Liebe zu den Hebräern wie zu den Heiden. Es gab keine dritte Gruppe auf Erden, denn die Hebräer waren einzigartig in ihrem Glauben an den einen Gott und die Heiden beteten Götzen an. Doch die Hebräer hatten ihren Glauben infolge ihre Verfehlungen verfinstert und sie wussten nichts. So waren die Hebräer und die Heiden eins geworden in ihrer Unwissenheit, wie auch im Fluch der Sünde, der die Erde seit Adam bedrückte. Wie der alte Adam nicht nur die Hebräer, sondern auch die Heiden in den Fall hineinzog, da die einen wie die anderen von ihm abstammten, so kam auch der neue Adam nicht zu den Hebräern, sondern auch zu den Heiden, denn er rettete beide. Der Herr Jesus konnte weder mit dem hebräischen Königreich allein, dem Reich des leeren gesetzlichen Formalismus, zufrieden sein, noch mit dem hellenischen Reich, das bedeutet mit dem Heidentum im Allgemeinen, dem Reich der Naturmythen und dämonischen Zauberei und Wahrsagerei, sondern er nahm diese beiden Kranken und heilte sie beide. Er heilte sie und machte sie zum neuen Menschen, und dies ist die Kirche Gottes. Auf diese Weise machte der Herr die Lehre des Judaismus und des Heidentums offenbar und verwandelte sie, indem er seine heilige Kirche schuf. O Herr Jesus, Allgesegneter und Allweiser, alles, was du vollbracht hast, hast du in deiner unaussprechlichen Güte und Weisheit vollbracht. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin.